Die haben zu Mose gesagt, Mose hör du und sag's uns. Und ich wünsche mir, dass ihr nicht sagt, sprich du und ich höre dir zu, sondern dass ihr wirklich ein Gehör entwickelt, Gott reden zu hören. Ich habe einmal wirklich physikalisch das gehört, aber das ist sehr selten. Aber wirklich durch Begebenheiten, durch die Bibel oder wenn du sagst, ich fühle jetzt, dass das genau dran ist. Also das ist auch ein Üben, das wir hören. In unserer heutigen Zeit ist ja alles so hektisch geworden.